Moin, Servus und herzlich willkommen Wikinger. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wollt jetzt richtige Segel für die nächsten Flussraubzüge haben? Dann komm ruhig mit. Ich zeig euch, wo wir sie gefunden haben. Bevor wir nun loslegen, zeige ich euch einmal, wie wunderschön dieses Segel aussieht. Habt ihr nicht auch Lust, es zu suchen für die nächsten großen Flussraubzüge, die bald kommen sollen? Oder habt ihr schon anderes Schiffszubehör gefunden? Schreibt sie mir doch gerne in die Kommentare. Gefunden haben wir dieses Segelzubehör in Hütjaviki. Da die meisten von euch sicherlich schon in Englerland angekommen sind, kommen wir nicht drumherum, einmal nach Nordwegen zurück zu segeln. Kommen wir nun zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Zu meiner absoluten Lieblingsbeschäftigung. Es ist das Klettern in Valhalla. Hier könnt ihr einmal den Berg ganz nach unten runterklettern. Dann werdet ihr sehen, wo sich das Segel versteckt. Dann werdet ihr sehen, wo sich das Segel versteckt. Um weiterhin keine Videos zu verpassen, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und denkt dran, richtige Pupsis aktivieren auch die Glocke, damit sie sofort wissen, wann das nächste Video online gekommen ist. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020